Und hier ist der Raum, wo wir gegen Joker gekämpft haben. Hier wegen Ghost Train, hier. Geist. Geisterzug, genau. Voll nice. Ja, dann gehen wir mal hier durch, gell? Talia braucht meine Hilfe. Ich muss sie sofort finden. Stimmt. Erinnert ihr euch an Talia? Wir müssen da hin. Und Hugo Strange wollte uns einfach umbringen. Ist er nicht böse? Der böse, böse Professor Strange. Oracle, Strange lässt Arkham City vom Wander Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle Waintec-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt ein Menschenleben schwerer als der Tod von tausend anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Ach, verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Okay. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Richt zur Beobachtungsplattform vom Wonder Tower durch, um Protokoll 10 zu stoppen. Ziel wurde getroffen. Scannet die Tiger-Hubschrauber, um das Hauptsteuerprogramm aufzuspüren. Ja, seht euch mal das alles an hier. Hier wird alles bombardiert. Was soll der Quatsch? Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahlen in Sektor 1 bei über 100. Und vor allem, der Tod von tausend Menschen, die in Arkham City sind. Das sind doch eigentlich alles Kriminelle. Eigentlich muss ich die doch alle gar nicht retten. Ich möchte doch nicht Kriminelle. Ihr könnt 20 Menschen dafür streichen. Seht ihr, das sind Kriminelle, Insassen. Warum muss ich die retten? Ich meine, da gibt es politische Gefangene. Okay, das verstehe ich ja. Aber was soll das andere? Was soll der Quatsch? So, dann werden wir mal den Tiger-Hubschrauber hier. Ziel neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Ja. Baue, Verbindung, analysiere. Was weiß ich. Hauptsteuerprogramm nicht mal. War ja klar. Oh lol, eine Riddler-Trofe. Ja. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. So. Schlägerei im Lachkabinett. Aber wir werden etwas anderes machen. Wir haben das, Mann. Wir müssen jetzt auf die Helikopter achten. Denn die werden auf uns schießen. Deswegen habe ich euch das gesagt. Batman aus den Augen verloren. Wiederhole, Zielpersonen verschwunden. Ja. Da muss man mich richtig aufpassen. Sie werden auf uns rumschieben. Ziel ist untergetaucht. Ich wiederhole, kein Sichtkontakt zu Batman. Oh mein Gott. Nein. Wir werden nicht sterben. Ich muss aber noch irgendwo hinanders hin. Warte. Ich möchte kurz euch was zeigen. Hier. Alles klar. Da lang geht's. Yes. Ihr werdet uns verschwunden. Keinen Sichtkontakt. Ja. Wir gehen jetzt hier runter. Na, wen haben wir denn da? Was ist los, Batman? Ist es da oben zu gefährlich für dich? Ein Jammer. Ja. Du kommst hier nicht mehr rein. Geh zurück und such dir einen anderen Ort zum Verstecken. Wir haben keinen Sichtkontakt zum Ziel. Batman ist runtergetaucht. Was? Geh verdammt noch mal um. Du kommst hier nicht rein. Das sind die Jungs vom Joker. Jokers Handlanger. Die haben sich auch verbarrikadiert. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Ja, ich wollte euch das nur noch mal kurz zeigen. Und dann gibt es noch eine Stelle, die ich euch zeigen möchte. Alle Ziele bekämpfen. Ich wiederhole. Mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. So, dann jetzt werden wir hier hingehen. Und wir wissen ja, wir müssen ja hier in die Nähe gehen, weil Anhubschrauber, die hier in der Nähe sind, können gar nicht das Hauptsteuerprogramm haben. Weil es muss ja in der Nähe vorm Wonder Tower sein. Ist ja logisch. Wer hätte das gedacht? Hier gibt es noch zwei neue Sachen, wo ich jetzt das selber nicht weiß. Achso, das ist Bane. Wir könnten auch kurz zu Bane gehen. Theoretisch. Ja, okay. Dann machen wir das. Oder wir lösen noch ein paar Rhythmia-Rätsel. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis zurück. Mist. Ja, sorry. Dumb, dumb, dumb. Nein! Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Und jetzt kommen so Leute in den Kommentaren. Amatorisch, denkst du nicht, dass es etwas, was Wichtigeres gibt, außer Riddler-Rätsel zu machen? Nein, es gibt nichts Wichtigeres, außer Riddler-Rätsel zu machen. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Ja, Mann. Angriffsmanöver. Rakete hat Ziel erfasst. Gebäude getroffen. Äh. Ich habe doch gerade hier was gesehen. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Ach, ist jetzt egal. Ich ignoriere das jetzt einfach. Wir werden jetzt... Ziel wurde getroffen. Wir weggehen. Wir haben Batman gesiegt. Nein. Nein. Nein, habt ihr nicht. Habt ihr nicht. Habt ihr nicht. Ihr habt das nicht. Nein. Kacketenstart geordnet. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Batman aus den Augen verloren. Oh mein Gott. Habt ihr die Explosion gesehen? Was war das denn? Haben Kontakt mit Batman verloren. Er ist weg. Ja, besser so. Ich habe was Besseres zu tun, als mich beschießen zu lassen. Ich meine, wir können das mal ganz kurz scannen, aber ich bin mir sicher, dass es das nicht ist. Schön halten. LB. Bei Xbox. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Aufsteuerprogramm nicht vorhanden. Wer hätte das gedacht? So, jetzt gehen wir nochmal zu den anderen U-Bahn-Stationen. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Okay, hier ist es zu. Ziel wurde getroffen. Wir sind definitiv hier unten. Ich muss jetzt gerade gucken, wo ich reingehen muss. Ich glaube, es ist hier, oder? Korrekt, es ist hier. Bestätiges Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Richtig. Jetzt gehen wir mal hier runter. Hallo. Sorry, leider geschlossen. Na, was machst du jetzt? Hey, ich habe eine Idee. Wieso gehst du nicht wieder rauf und dass wir mit einer von Strange's Bomben den Arsch weg sprengen? Du bist hier unten nicht willkommen. Verdammt, du bist nirgendwo willkommen. Nett. Sehr freundlich. Mehrere Treffer in Sektor 2. Aber wie ihr seht, gibt es genug Leute, die sich verbarrikadieren. So ein richtig schwieriges Wort ist das. Aber wie ihr seht, die bringen sich alles in Sicherheit. Mehrere Insassen gefallen. Aber das ist nur für Protokoll 10 so. Sobald Protokoll 10 vorbei ist, ist das alles wieder offen. Keine Sorge. Wärmeabtastungen in des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote. Das ist nur, damit das Spiel einen direkt dorthin bringt, wo man nicht hingehen soll. Ja. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Und dann können wir den Part benden. Ja. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Ja. Toller Vergleich. Und noch eine Rittergruppe her. Mehrere Ziele neutralisieren. Große Anzahl von Leiden. Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole. Waintower. Kontakt zu Batman. Nein, nein, habt ihr nicht. Nein, habt ihr nicht. Oh, ein Sniper. Was für eine Überraschung. Haben keinen Sichtkontakt mit Batman. Besser so. Der könnte es sein. Wir gehen mal da hoch. Wiederhole. Batman aus Bereich geflohen. Ist mir doch egal. Power Verbindung auf. Analysiere Steuersystem. Das war es auch nicht. Okay. Ich versuche jetzt mal den hier. Dieser Hubschrauber wurde nicht gescannt. Sie haben mehrere Tote. Ja. Ja. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Nein, nein. Ach, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Verdammt. Bistetige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Aber da mein Fehldarm. Nochmal. Wärmeabtastungen des Bereiches zeigen 15. Korrigiere. 17 Tote. Hä? Wo soll das sein? Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole. Mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Okay, ich werde jetzt mal die Gießen hier ausprobieren. Weil die Rang sind, sind nicht gescannt. Genau. Ziel wurde getroffen. Ey, wo ist denn der Hubschrauber? Ist das der jetzt? Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Oh, verdammt. Wir wurden fast getroffen. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. So, das Catwoman ist ropher. Bistetige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Äh, das zieht sich jetzt ein bisschen in die Länge. Guck mal, Liles. Aber ich weiß ja auch nicht, wo genau der ist. Der kann ja immer woanders sein. So, das ist dann in Sektor 3 sehr hoch. Gehen zur Basis zurück. Ja, dann geht auch zur Basis zurück. Batman gesichtet. Nein, nein, das hast du nicht. Nein. Den habe ich schon gescannt. Haben Batman aus den Augen verloren. Wiederhole, vier Personen verschwunden. Das muss doch hier in der Nähe sein. Welchen Handicompte habe ich noch nicht gescannt. Weil die sind noch nicht mal in der Nähe. Verdammt, vier Personen verschwunden. Das ist dann gesichtet. Nein, das hast du nicht. Ziel ist untergetaucht. Ich wiederhole, kein Sichtkontakt zu Batman. Komm schon. Yes, hole den Sender des Hauptsteuerprogramms aus dem Hauchthubschrauber. Sie haben es geschafft, Leute. Her damit. Mit unserem Scanner Distanz-Hacking-Gerät. Hauptsteuerprogramm wird heruntergeladen. Ja, Mann. Ich habe den Code. Begebe mich zum Wonder Tower. Gut, du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Bestätige Treffer. Da schaffe dir Zugang zu Wonder Tower. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall das schon mal gemacht. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. So. Aber jetzt gehen wir erst mal zu Bane. Denn wir wollen nicht die U-Strain stoppen. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahlen in Sektor 1 bei über 100. So. Wir kommen Bane. Wir haben alle Titanen verhindert, dass er stöhnt. Oh, das ist ein Luftballon. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Ja, Mann. Bum. Wir können 20 Insassen streichen. Nein. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich soll mich in Ruhe lassen. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole. Haben Batman aus den Augen verloren. Oh Mann. Was war das denn? Nein. Ich werde zu Bane gehen. Sofort. Zielpersonen kommen. Wiederhole. Batman aus dem Bereich geflohen. So. Oh mein Gott. Alle verstorben. Ziel wurde getroffen. Verstorben. Verstorben. Vor allem. Die sehen aus wie Scarecrow Männer. Aber das heißt einfach nur, dass sie tot sind. Ja. Dann gehen wir mal durch. Öffnen die Tür. Ich habe die Behälter zerstört, Bane. Gut. Auf den Boden, Gefangener. Los. Hilf mir, Batman. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Marionetten das Titan stehlen. Was für ein Titan. Und hier sind die ganze Tigerwachen. Was ist hier los? Ich schicke dich in Einzelkallen zu deinem Herrn zurück. Okay. So. Jetzt kämpfen wir auch mal. Oh. Ein Tigerstift. Oh. Nee. Was war das? Ich weiß, wortest du uns nicht treffen? Aber was soll das? Du dringst in mein Zuhause ein? Entschuldige, Batman. Ja, danke für die Entschuldigung. Das Titan gehört mir. Habt ihr gehört? Es gehört ihm. Nur er darfst haben. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Aber es gehört ihm. Ich nehme mich auseinander. Lol. Geh mir aus dem Weg, Batman. Äh. Freundlich. Wie immer. Ich schicke dich in Einzelkallen zu deinem Herrn zurück. Lol. Lol. Das war für diese Dummköpfe gedacht. Ich weiß. Warum stehst du mir auch im Weg? Oh mein Gott, das war ja krass, Bane. Wie gesagt, ich habe meine vernichtet. Ich nehme an, du hast das auch getan. Ja, das könnte man sagen. Okay, was bedeutet das? Titan ist zu mächtig, um meinen Gegnern in die Hände zu fallen. Ich brauche es für mich. Jetzt sei so nett und stirb! Bist du komisch, Alter? Tja, Fähne, würde ich sagen, Bane. Haha. Ich wusste, dass man dir nicht trauen kann, Bane. Daher habe ich dich benutzt. Was? Ganz einfach. Du hast das restliche Titan gefunden. Jetzt kann ich es zerstören. Halt! Wir haben Bane verarscht. Nice. So. Was wollen wir denn? Sieht irgendwie alles nicht so interessant aus. Naja, nehmen wir mal Kryptographie, Energieverstärker, als ob wir das bräuchten. Aber wir holen uns das. Yeee! Nz, 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 nz. Jibbi. Herr damit. Weil dann müssen wir nur noch das da aufleveln. Und hier hätten wir alles. Wirklich alles. Und hier hätten wir auch alles. Und hier hätten wir auch alles. Yeee! Also bei Catboy hätten wir nicht alles. Denn da gibt es noch die Orolas und die Fuss an. Yes. Yes. Yes! Wie fühlt sich das an, Bane? Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Nö. Tu das nicht, Batman! Doch. Lass mich hier raus! Nö. Tja, man wusste ja, man kann Bane nicht trauen. Und deswegen haben wir ihn ja so benutzt. Wir sind die Allerbesten. Wir werden jetzt eins hier in die Mitte tun. Halt! Und das andere auch hier in die Mitte tun. Mitte! Und... Aus Spaß machen wir noch das hier noch dazu. Dann los geht's, gell? Das wird richtig krass werden, Bane. Was meinst du dazu? Du meinst gar nicht dazu? Ich mein das dazu. Bam, 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 bam! Ja. Bane ausgeschaltet. Fallakte geschlossen. Neben Mission. Brüche Gardean. Haben wir geschafft. Charakter Trophäe mal geschaltet. Bane. Yes. Alles zerstört. Ja, Mann. War das nicht voll nice, ey? Das war doch nice, oder? Wagen wir ihn mal, was er zu weit hat. Hab dich gewarnt, Bane. Befreie mich! Nein. Nein. Du kommst irgendwann frei. Mir fehlt die Zeit auch noch, gegen dich zu kämpfen. Nein! Also wirklich nicht. Doch. Oh! Lass mich hier raus! Nö. Das kannst du mir nicht antun! Doch. Dafür töte ich dich! Das will ich sehen. Das kannst du mir nicht antun! Oh ja. Ich kann... Ich kann einiges machen. Und da oben ist auch eine Catwoman drauf her. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Und dann... Öffnen wir die Tür. Ja, Mann! Wir haben Bane ausgeschaltet. Sooo. Und wenn wir schon bei den Defektionen sind, gehen wir noch zu Freeze. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Ist ja auch gleich daneben. Hier, passt doch. Ziele wurden bekämpft. Sicht auf hier brennt wie ein Weihnachtsbaum. Ach ja, ich will euch erst mal was zeigen, bevor ich jetzt mit Mr. Freeze gehe. Genau. Ziel wurde getroffen. Wenn man hier lang geht, kann man hier nicht durch, weil Freeze alles zugefroren hat. Genau. Und hier unten waren wir ja schon. Und da kommen wir dann durch. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahlen in Sektor 1 bei über 100. Und zu dieser Ritter-Profil kommen wir, wenn wir durch diese weiche Holzverkleidung... Schwache Holzverkleidung, schwache Holzverkleidung, schwache Holzverkleidung, schwache Holzverkleidung lässt sich bei ausreichend hoher Gewaltentwirkung durchbrechen. Genau. Also kann man hier... Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Also kann man nicht da durchgehen, um zu Mr. Freeze zu gehen. Aber es gibt einen anderen Weg. Und den zeige ich euch. Indem man... Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Hier reingeht, wo wir rausgekommen sind, als wir gegen Mr. Freeze gekämpft haben. Ziel wurde getroffen. Labor von Mr. Freeze. Zielmarkierung erreicht. Genau. Gotham City Police Department. Also das ältere, genau. Und hier waren wir ja schon drinnen. Aber man kann hier zwar zu gern durchgehen. Und wenn man hier durchgeht, nur wenn man Nvidia, die Grafikkarte hat, kann man das erleben. Genau. Freeze, wo bist du, mein Freund? Ah, da bist du ja. Rede wir jetzt mit Victor Freeze. Ich habe sie. Sie ist in Sicherheit. Nora, wo ist sie? Sie war in Lagerhaus 5B im Falcone Frachtlager eingesperrt. Sie ist in Sicherheit, Victor. Du kannst zu ihr gehen. Danke, Batman. Ich habe dir misstraut. Tut mir leid. Ich werde all das ungeschehen machen, was der Clown meiner wunderschönen Nora angetan hat. Gute Idee. Danke, dass du Nora gefunden hast. Kein Problem, Mr. Freeze. Oder Victor. Ich werde all das ungeschehen machen. Ja. Was der Clown meiner wunderschönen Nora angetan hat. Ja, ich weiß. So, und ich kann es euch auch zeigen. Hier ist alles zugefroren. Man kann hier nicht durchgehen. Ist auch nicht so schlimm, denn wir haben hier einen anderen Weg gefunden. Und wir haben hier auch alles geholt, glaube ich. Was man holen kann. Ui. Sehr schön. Wir können uns gerne mal die Nebenmission angucken, was uns noch fehlt. Ich meine, ich glaube, uns fehlt noch Deadshot. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Dann fehlt uns bestimmt noch... Politische Gefangene. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. AS... Äh... 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 Genau. Uns fehlt Beobachter im Hintergrund. Deadshot, Schuss im Dunkeln. Angriff... Arkemangriff, Gewaltakte bei Politische Gefangene. Ah, und Riddler-Rätsel. Das heißt, die Sachen, die wir noch machen, sind... Arkemangriffe, Gewaltakte, also die Politischen Gefangene. Deadshot... Und Beobachter im Hintergrund. Und Riddler natürlich auch. Aber diese vier. Ansonsten war eine Nebenmission... Dem Meistert. Ja. Also hier machen wir das. Nach Protokoll 10. Jetzt gehen wir zu Protokoll 10 und... Stopp in Essen. Mehrere Insassen gefallen. Ja, wir wissen das. Ui... Ziel wurde getroffen. Ich frag mich, was das Ziel war. Weil wir waren es nicht. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Ich will noch was nachgucken. Nein, ich will was nachgucken. So. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis zurück. Ach, egal. Das, was ich gesehen habe, kann ich noch später machen. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Ja, das weiß ich. Hast du schon oft genug gesagt. Oh, noch ein Mini-Spiel. Rakete hat Zielerfass. Gebäude getroffen. Mist. Warte, wir machen es. Schnell, bei der Weine. Ja, Mann. Wärmabtastungen in des Bereiches zeigen 15. Korrigiere 17 Tote. Okay, ich werde es hier drauf drücken. Ja, Mann. Du hast auch hier gefunden. Ja, Mann. Ziel wurde getroffen. So. Dann brechen wir jetzt mal hier ein. Was meint ihr? Meine Freunde. Meine Fans. Meine Supporter. Ich glaube, wir nehmen den Unterbrecher. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Davon haben wir ja zwei. So. Tatsächlich auch für uns schießen. Könnt ihr uns nichts anhaben. Dann werden wir jetzt mal sie attackieren. Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Oh. Hallo. Na, versuch mich mal anzugreifen. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Ha. Ich kann hier den ganzen Tag rumstehen. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Möchtest du mich auch angreifen? Oh. Er hat nachgeladen. Oh mein Gott. Ist der schlau. Aber er konnte nichts gegen uns anhaben. Wieso sollte er auch? Hacken wir jetzt das Gerät. Hacken in Tiger, ASP, Zentralrechter. Ziel auf, Ziel zu greifen. Und das Passwort heißt? Schlau. Schlau. Stätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Oh, danke schön. Dann gehen wir mal zu Arkham City, Eingangskontrollbereich. Schnell hier durch. Hier war es schon mal richtig. So. Her damit. Ver... Verhör. Auf damit. Ach so, hier ist ein Rätsel. Genau. Ich guck mal, wie ich das am besten mache. Ja. Das sieht gut aus. Rätsel gelöst. Beantworten lässt sich die Frage nur aus einer anderen Perspektive wahrscheinlich. Genau. Jetzt gehen wir mal hier runter und lassen uns fallen. Und wir haben ja noch... Wir haben hier den Fleece-Schuss und wir haben ja auch aus dem Stahlwerk den Fleece-Granat-Gurt. Aber wir brauchen nur den Fleece-Schuss. Und gehen da runter. Perfekt. Denn wir wollen... ...eine Ritter-Trophäe holen. Ja, damit. Perfekt. Ich weiß nicht, ob man da... ...noch weiter reingehen könnte... ...Protokoll 10 aktiv. Nee, war schon. Irgendwie ist hier nichts mehr. Dann gehen wir mal wieder hoch. Genau. Dann gehen wir hier durch. Und hier ist auch nichts mehr. Gut. Dann gehen wir mal hier durch. Und... Genau. Wir sind im Part. Man muss das nicht tun! ...eine neuen Insassen. Sie befanden sich auf dem Weg zum unterirdischen Tunnelsystem. Ausgezeichnete Arbeit. Haltet sie in der Bearbeitungszone fest. Wir sagen Bescheid, wenn wir soweit sind und ihr sie runter in den Tötungsbereich schicken könnt. Bestätigt, Zentrale. Hilf uns! Bitte! Hilfe! Seid leise! So. Bleib stehen! Und damit beenden wir diesen Part. Oh, ich habe... Oh, der gerade angegriffen. Was soll das? Ich will meinen Part beenden. Flüchtlinge? Nett. Nett. Au. Bitte! Nicht nochmal! Das sieht schmerzhaft aus. Zeig ihm, was wir mit Leuten machen. Wehr dich nicht! Au. Du musst das nicht tun! Genau. Und damit beenden wir diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Und... Ähm... Ja... Ja... Kameraden und Familienmitgliedern. Allen, auf die ihr Lust habt. Und... I'll be back in the flash. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das... ... Bis zum nächsten Mal.